Lago Maggiore, Traumparadies Vor der herrlichen Kulisse des Lago Maggiore erleben sie ein zärtlich heiteres Spiegel. Eine Melodie Roxy-Produktion im Konstantin-Filmverleih. Im vornehmsten Hotel des Ortes passieren die tollsten Sachen. Menschen verschwinden am helllichten Tage und tauchen ganz überraschend wieder auf. Gefällt es Ihnen? Ja, sehr. Mein Schmuck. Hier im Hotel sind mehrere Diebstähle vorgekommen. Schicken Sie mir bitte Ihren besten Detektiv. Wer ist der Täter? Jeder ist verdächtig. Welcher Detektiv ist echt? Der oder der? Kann ich Sie unter vier Augen sprechen? Kommen Sie in mein Büro. Gehen Sie vor euch folgen. Miss Hollande. Die Wahl der Miss Europa hat nicht nur die schönsten und temperamentvollsten Mädchen, sondern auch allerlei zwielichtige Gestalten angelockt. Prinz denn? Ist hier eben eine Dame hereingekommen? Dame haben wir überhaupt nicht nur Schönheitskönigin. Dann eine schöne bitte. Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich bei der Miss Europa-Wahl mitmache? Was? Was? Sie? Ich bin morgens immer müde, aber abends bin ich wach. Morgens bin ich so solide, doch am Abend werde ich schwach. Was ist hier los? Diese Mann hat mich beruft. Findest du nicht auch, dass wir so gut zusammen passen? Ich bin nicht nur zu mir und nicht zu dir. Wer sind Siealar? Werner Jacobs inszenierte dieses aufregende Spiel, mit der reizenden Conny Frobes... Sieht das Leben trüber aus, merk' dir meinen Trick, hole deine Platten raus. Junge, mach Musik. Peter Kraus... Kaubelchen, die Kaubelchen, nicht schade um uns zwei, denn die schöne Zeit ging so schnell vorbei. Gustav Knuth, Walter Gross, Kurt Großkurt und Ralf Wolter. Ich reg mich nie auf, ich tu nur immer so. Sie, sie tu nur immer so? Ja, das erwartet man von einem Manager. Gudrun Schmidt, Karl Liefen, Trude Herr und weitere schöne Frauen. Na und wer ist der Täter? Ist doch ganz einfach. Was Conny und Peter schon wissen, erfahren sie demnächst in diesem Theater. Sag mir, was du denkst, möchtest du das wissen? Du, ich weiß es längst, meinst du etwa küssen? Tu, als ob nichts wäre, fällt mir schrecklich schwer, gib mir einen Kuss.